hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute mache ich wieder ein nail art tutorial würde ich sagen und zwar habe ich hier mal versucht ombre nail zu machen ist nicht ganz perfekt geworden aber ich habe versucht diesen farbverlauf hinzubekommen unten eher so dunkel und nach oben hin also die spitzen so ein bisschen heller ihr werdet das dann auch sehen wie ich das mache ich werde euch das dann erklären und wenn ihr das sehen wollt würde ich sagen bleibt doch einfach dran und ich wünsche euch viel spaß mit dem video versuche ich euch das noch mal zu zeigen und ihr seht auch diese seite ist ein bisschen anders wie die andere seite um einmal euch das zu zeigen wie man das ganze ja machen kann man kann es ein bisschen ja intensiver machen oder nicht so und was man dafür braucht ich habe hier einmal das von essi nude manikür zwei farben das sind so ja nude farben ein etwas dunkleren ton und ein etwas helleren ton finde ich sehr sehr schön und im letzten video hatte ich euch ja auch von essi so ein french manikür set gezeigt ja was man dann noch braucht sind hier solche präzisions schwämmchen oder wie die heißen diese kleinen die bekommt ihr ja fast überall und die braucht man dafür genau und dann habe ich noch so ein durchsichtigen nagellack so ein aufhellungs nagellack habe ich hier von mebelein und ich habe da ein bisschen glitzer rein gemacht finde ich sehr sehr schön also ganz normalen aufhellungs nagellack ohne glitzer aber ich habe da glitzer mit rein gemacht weil das sehr toll finde und das gebe ich dann einfach später drüber so als versiegelung sag ich mal und das ganze ein bisschen aufzuhellen hier zeige ich euch auch noch mal von essi dieses french manikür set dazu hatte ich ja auch ein video gemacht und da werde ich auch die farbe weiß verwenden man kann auch normalen weißen nagellack verwenden aber ich finde den von essi irgendwie am besten und ja dazu hatte ich wie gesagt vor kurzem ja auch ein video erst hochgeladen und euch so gezeigt wie ich meine french nails mache also wie ich das mache und hier habe ich jetzt so beide set nebeneinander liegen ich finde das sehr sehr toll und ich hatte ja auch mal ein video gemacht wo ich euch so meine nagellack aufbewahrung und so meine kleine essi collection ja mittlerweile sind es knapp über 30 nagellack von essi die ich habe und ja dann werde ich jetzt auch mal endlich anfangen holen hier die beiden nagellack hier raus und ich würde das dann wieder so machen ja da war das ein bisschen fusselig nicht wundern die unterlage habe ich immer auch zum basteln oder so also wenn da irgendwie was dran kommen sollte ist auch gar nicht schlimm genau was ich sagen wollte genau jetzt weiß ich es wieder ich wollte sagen dass ich dann zwei nägel wieder ab lackieren werde muss ich aber ja nicht alles mit filmen ich werde einfach zwei nägel ab lackieren und zwar mache ich das denn so wieder den ringfinger und mittelfinger und diese drei nagellacke verwende ich dann den weißen trage ich einfach als base auf damit die farben dann auch schön rüber kommen so hier habe ich schon die zwei nägel ab lackiert wie ihr sehen könnt ja es sind meine echte nägel das muss ich auch immer erwähnen weil ich so oft gefragt werde aber man sieht das ja auch vor allen dingen wenn die jetzt ab lackiert sind sieht man das ja dass das meine echten nägel sind da ich fange dann jetzt mal einfach an ist auch gar nicht schwer einfach ja weißen nagellack auftragen ich finde den von essie gesagt am besten weil es gibt ja auch einige nagellacke weiße nagellacke die sich denn nicht so schön auftragen lassen dann wird das so ungleichmäßig ich denke ihr wisst was ich meine soll ich zeige euch das dann auch noch mal in einer anderen perspektive denkt man von dieser seite kann man das vielleicht besser sehen und ja da tue ich mir ja immer so ein bisschen schwer mit der aufnahme ich versuche ja immer euch das gut zu zeigen aber man sieht das ja hier auch ich denke so diese perspektive oder die andere ich denke mal das ist egal aber so könnt ihr das noch mal besser sehen genau das lasse ich dann trocknen und wenn das dann trocken ist trage ich diesen dunklen ton auf den farbton von essie man kann natürlich das auch andersrum machen man können auch erst den hellen auftragen wenn man die spitzen dunkler haben möchte man kann das ja so machen wie man das möchte oder man macht ein paar nägeln das vielleicht so rum und auf den kleinen und ringfinger vielleicht andersrum oder man wechselt ab da gibt es ja so viele möglichkeiten man kann ja auch andere farben verwenden aber ich habe diesen essie set und da wollte ich einfach mal ein bisschen ausprobieren so dann trage ich hier auch eine dünne schicht auf wie ihr sehen könnt und dann lasse ich das natürlich auch erst mal gut durch trocknen aber ich dachte das zeige ich euch dann auch einfach mal um bevor ich meine nägel lackiere brauche ich die auch immer leicht an und geht dann auch noch mal mit nagellack entferner drüber auch wenn kein nagellack drauf ist um den nagel so ein bisschen zu entfetten sag ich mal denn hält der nagellack auch besser finde ich so da trage ich das dann auch noch mal auf auf dem mittelfinger wir sehen könnt und wie gesagt dann gut durch trocknen lassen das werde ich dann auch so schaut das dann aus hier seht ihr das dann auch noch mal man kann die farbe natürlich auch so tragen ja und da zeige ich euch noch mal den weißen nagellack wenn man den nämlich als base also unten drunter aufträgt dann sieht man von der anderen seite ihr seht das dann sieht das so leicht weiß aus von dieser seite sonst würde das wenn ich nämlich nur dies dunkel auftragen würde von der anderen seite sieht das dann auch irgendwie nicht so schön aus das schimmert ja so ein bisschen durch also ich finde das dann auch richtig toll auch dass die farben dann besser rüber kommen wenn man den weißen nagellack drunter aufträgt genau das wollte ich euch hier einfach noch mal zeigen und wenn das ganze gut durchgetrocknet ist nimmt man hier solche schwämmchen die ich euch ja gerade gezeigt habe die bekommt man fast überall in drogerie abteilen oder man kann es auch bestellen es ist egal welche wo am besten mit zurecht kommt ich komme mit diesen hier am besten mit klar und ja ich muss auch dazu sagen ich habe das noch nie gemacht ombre nails und ja ich habe das jetzt einmal für mich gemacht und diese beiden nägel mache ich jetzt das zweite mal sozusagen hier im video für euch um euch das zu zeigen aber ja ich wollte es euch einfach nur mal sagen dass ich sowas noch nie gemacht habe so ombre nails und falls es da nicht so gut geworden ist also mich stört es jetzt nicht aber ich finde man kann gut diesen farbverlauf erkennen und ja man kann sich ja aber auch bessern und ich probiere ja immer gerne rum ich möchte ja auch mal andere looks tragen und ich immer das gleiche sondern möchte mich auch ein bisschen ausprobieren wenn ich denn schon meine nägel mal ein bisschen länger trage ihr wisst ja mal habe ich auch kurze nägel mal lang immer unterschiedlich und wenn ich die dann lang habe möchte ich die dann auch mal bisschen schön machen und so vielleicht mit mustern oder so wie jetzt hier ombre nails ich dachte das probiere ich einfach aus weil diese beiden farben einfach so toll sind so ich muss gucken wie ich das jetzt euch am besten zeigen kann soll ich gehe einfach jetzt so rüber tupfen man kann es sehen auch wenn die kamera leicht und scharf ist man sieht aber trotzdem wie ich das mache aber aber keine angst ich habe es bemerkt und bei dem ringfinger zeige ich euch das dann auch gleich noch mal genau die kamera ihr wisst ja tut im moment das was sie will aber das weiß ich ja und deswegen zeige ich euch das gleich noch mal ein bisschen besser ich hoffe die kamera macht dann auch vernünftig mit so wie ich das will hier sieht man das aber jetzt besser ich bin jetzt nicht ziemlich nah an der kamera ran gegangen aber hier sieht man dass dann noch mal einfach ein bisschen besser so ist gar nicht schwer ihr habt das ja gesehen einfach drüber tupfen man sollte aber darauf achten wo man den farbverlauf und wo das heller und wo das dunkler bleiben soll darum zeige ich das euch hier auch noch mal in dieser perspektive bei dem ringfinger und man sieht das ja auch gut diesen farbverlauf obwohl ich das das erste mal quasi so gemacht habe mit ombre nails finde ich doch dass das mir gelungen ist wie gesagt ich bin kein profi das habe ich beim letzten mal auch gesagt ich mache das nur eben für mich und da mich einige gefragt hatten wie ich denn meine nägel mache habe ich gedacht ja zeige ich euch das einfach mal weil ich so oft ja gefragt werde ob es meine echten nägel sind vor allen dingen wenn die dann lackiert sind werde ich dann auch sehr oft gefragt aber mir macht es auch irgendwie spaß und vielleicht mache ich ja öfters mal solche nail art tutorials oder so mal schauen und jetzt noch hier den ringfinger einfach drauf tupfen ihr seht das bisschen unscharf wieder aber man kann es ja sehen wie ich das gemacht habe dann trage ich das noch mal auf wenn das noch nicht so ist wie ich das haben möchte und ich noch nicht ganz so zufrieden bin kann man hier noch mal rüber gehen ja das kann man kann man so auch diesen schönen farbverlauf hinbekommen so einfach drauf tupfen ihr habt das gesehen und so ja einfach geht das das ganze nicht so trocknen lassen nein sondern kurz warten und dann trage ich nämlich auch gleich schon den überlack sag ich mal auf so ein aufhellungs nagellack und ich habe bei mir glitzer reingemacht natürlich könnt ihr auch ohne glitzer aber ich finde das dann noch mal richtig schön wenn das so leicht schimmert und glitzert so ich versuche das hier mal euch so zu zeigen ja die audio habt ihr bestimmt schon lange gemerkt habe ich hinterher gemacht also ich habe das ganze so aufgenommen und bei der bearbeitung mache ich jetzt so die voice und füge das dann so ein so ist es auch am besten ja ich trage das hier einfach auf ihr sehen könnt so kann man auch noch mal so ein bisschen diesen übergang von dunkel nach hell ich streiche das so ganz von unten nach oben und dann lasse ich das trocknen so den mittelfinger noch ich schaue jetzt gerade noch mal ob es geworden ist und dann bin ich auch schon fertig einfach hier noch mal auftragen ich denke das reicht dann auch so habt ihr das ja auch gesehen wie das ganze funktioniert und mal gucken ob ich in zukunft auch noch mal vielleicht hin und wieder mal mal schauen wenn mir irgendwas einfällt was vielleicht ganz einfach ist ich finde das ist einfach und french nails ist auch einfach und so sieht das dann aus ja ich hoffe es hat euch gefallen könnt ihr mir ja in die kommentare schreiben wie euch das gefallen hat und was ihr so farben vielleicht genommen hätte ich mein man kann auch rosa gelb nehmen rosa lila vielleicht und wenn man über gemalt habt seht ihr hier ja auch nämlich dann einfach so mit wattestäbchen vorsichtig an der seite ab ist auch gar nicht schlimm bei der farbe hat man das jetzt nicht so gesehen dass man so ein bisschen ja an der haut gekommen ist ist ja sind ja so nude farben aber trotzdem mache ich das hier ab ist ja natürlich auch schöner wenn man jetzt rot genommen hätte oder andere farben dann hält man das dollar gesehen an der haut so dann bin ich auch schon fertig zeige euch hier doch mal beide seiten wie das ausschaut und dann war es das auch mit dem video und ja mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen das war es kurz und knapp ich hoffe es hat euch dennoch gefallen und dann beende ich das video auch hier an dieser stelle genau und dann würde ich sagen bis zum nächsten mal tschau ihr lieben